hallo und herzlich willkommen hier auf diesem kanal bei folge 32 landwirtschaft simulator 22 wild west es läuft weiter in die ernte wunderbar eigentlich auch wie weit die weil wie die hier fahren sehr schön sogar nur einmal schnell was hier mit mein abfahrer ist ja ich hatte das auto drive route gewechselt zwischenzeitlich noch weiter ich werde mal anhalten ist mir zu nah am becher dran ich werde mir noch ein bisschen hier stehen lassen und noch mal zurück zum abfahrer jetzt haut es hin so dann haben wir das jetzt wollen wir mal bezüglich der schau mal gleich das feld 7 gehört uns ja auch noch über not müssen wir uns dann ein fahrzeug bieten bleibt ja ist aber noch im wachstum sollte schon auf die richtig auf den richtigen tab gehen da sieht man es ja dann auch wartet noch gut er hat erst 26 prozent wieder drin und wurde auch eben gerade erst abgeladen dann werden wir uns mal um einen um einen ähm 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 bei wagen haben wir nicht hier gut wir benötigen auf jeden fall ja noch ein ballenlader ballenlader sport eigentlich wäre der hier schon idea schürzen ballen und den können wir dann auch mit autodrive fahren lassen die friede stein und wir benötigen 1 180 bis 240 df äh äh billigen dafür preis so schreibt da gar nicht mehr mit dazu wieviel PS man haben möchte ähm brauch muss hier ok ok schade ok hätte jetzt sein können dass gerade einer ein angebot ist also reicht ja im prinzip ein kleiner john deer wie der hier zum beispiel ist vollkommen aus ob er noch wach ja doch nehmen wir den 6m 62 PS 164 PS entschuldigung auch reichen den benötigen wir wenn wir mehrere felder abernten brauchen wir definitiv auch mehrere Fahrzeuge und den lassen wir jetzt auch gleich zum ruf fahren das haut doch hier nicht an das haut doch hier nicht an und dann machen wir schnell nochmal ab kann natürlich sein bei der autodrive kurz den ich gerade geladen hatte eigentlich ja für die version 1.0 auf der karte ist allerdings wir ja die 1.1 nutzen wenn das dadurch schon zusammenhängt aber alles halb so wird dann machen wir es halt so und sagen jetzt zum hoffahren mal gucken ob er es jetzt ordentlich macht ich werde dann eh nochmal als nebenrouter deklatieren und nochmal auf 70 prozent anwenden und nochmal auf 70 prozent anwenden während der erst mal fährt während der erst mal fährt ich bin jetzt aber auch gemein dass ich da beiden im weg lege aber damit muss man nun mal rechnen so was gemeines aber auch so was gemeines aber auch dann machen wir jetzt hier auch wieder machen wir das jetzt am blödesten das müsste eigentlich funktionieren so wie ich es mir jetzt denke so wie ich es mir jetzt denke pro Anlieferung hier ankommt soll er an Curseplay übergeben nach da müssen wir jetzt nur noch Curseplay einarbeiten Top Verstellen Feldarbeit hättet und dann und dann secure und dann Eine starten. Hier mal. Das ist mal hier oben der Äcker, da brauchen wir es ja in der Regel nicht. Jetzt habe ich den gestoppt. Man sollte aufpassen, in welchem Modus man sich befindet. Hat der nicht gesagt, der hat einen vollen Tank? 99, 100. Jetzt fährt er dann aus und wenn er ausgefahren ist, sollte er sich in Bewegung dahinten setzen. Das macht er auch wunderbar. Es ist doch schön, wenn ein Plan funktioniert. Der lädt schön. Ich sollte jetzt normalerweise ein Autotrice übergeben. Das ist doch schön. 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 Der sollte jetzt normalerweise alles automatisch machen. Dann fährt jetzt im Prinzip das Feld ab. und sucht das Feld nach rein ab, wo der nächste ist. Das macht er jetzt die ganze Zeit. Das ist das schöne daran, damit Autotrice vieles alleine kann im Zusammenhang mit Curseplay. Man muss halt nur immer aufpassen, damit man den richtigen Helfer angeklickt hat und im richtigen Feld ist. Da kommt schon der nächste Ball wieder. Ja, dass jetzt was liegen bleibt, ist normal. Da gucken wir jetzt mal nicht so drauf. Arbeitsgeschwindigkeit müssten wir eigentlich bei denen noch ein bisschen runterstellen. Gehen wir mal auf 9 kmh. Mal schauen, wie schnell der hier vorne fährt. Ansonsten haben wir immer wieder das Problem, damit er den einholt. Und das soll ja nicht so sein. Gehen wir mal weiter runter. Auf 7. Mal weniger würde ich jetzt nicht gehen. Dadurch, dass er jetzt eh schon einen sammelt. Oder presst und der andere einen sammelt. Ist jetzt hier genug Verkehr auf dem Feld drauf. Und wir müssten auch langsam aufpassen, damit sich die Fahrzeuge nicht gegenseitig behindern. Er wartet wieder auf den Ruf. Von den. Der braucht aber auch noch eine Weile. Was macht mein Ballentwickler da? Auf einen schlechten Tag. Ich habe den Ballen gefunden. Natürlich sein, dass der sich jetzt hier, aufgrund dessen, dass der Ballen hier so weit hinten war, ein bisschen verhustet hat. So. Ist der jetzt aktiviert oder nicht? Mal schauen. Wenig drauf. Wenig drauf. Eigentlich müsste der gleich die Uhr wechseln. Was ich jetzt nicht weiß, ob ich hier zwei oder drei Vorgewendetbaden gesagt habe, es waren aber zwei. Wart euch jetzt bitte nicht in die Gewehre. So, du kannst mal kurz hier warten. Ist doch was Schönes, wenn man stark ist und so ein John dir einfach mal anheben kann. So, da. Warte, du bist auf der falschen Spur. Du wirst hier starten. Hallo? So, jetzt hat er wieder seine Spur gefunden. Das ist unser Abfahrer. Den lassen wir jetzt einfach mal machen. Wer soll zu? Welterfahren. Ein Traktor abladen gibt es hier nicht. Und schickt das Arbeitsamt. Wie es jetzt hier aussieht. 59, der ruft gleich den Abfahrer. So, ich hoffe es reicht vom Platz her. Was ich aber nicht bedacht habe. Aber gut, das ist jetzt aufgrund dessen, dass der ja langsam erfährt, vielleicht nicht ganz so schlimm. Ist damit der relativ schnell ja wieder am Drecher dran ist. Wie da vorne sich gerade in die Quere kommt. Wasch mir halt einer. Ja. 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 Danke. 12 ist doch richtig und ich möchte jetzt dann auch sagen. 3 12 ist doch richtig. Das wird hier ein spannendes Rennen werden, das kann ich jetzt schon mal sagen. Da bin ich ja mal gespannt, ob er es noch schafft, soviel Vorsprung rauszubauen oder rauszufahren, damit er schön überholen kann. Und da kommt das unverhoffte Landwirtschaftsrennen in Gange, wird Fahrer 1 oder Fahrer Klaas gewinnen. Fahrer 1 überholt Fahrer Klaas, es ist spannend, wer gewinnt das Rennen. Schafft es Fahrer 1 wirklich Vorfahrer Klaas, die Wendung durchzuführen? Er baut seinen Vorsprung komfortabel aus. Wer wird es werden? Ja, denn wir stecken ungeahnte Fähigkeiten. Jetzt sieht es gut aus. Der Vorsprung ist komfortabel. Eigentlich sollte er damit jetzt auch die Wendung vorziehen. Was man natürlich bedenken muss, der ist gleich wieder voll. Aber das sollte noch bis zur Erwendung reichen, dass wir da ordentlich wegkommen können. Hier gucken. Stopp erstellen. Sammeln und Wickeln. Gut, dann muss ich da nochmal schauen, warum der das nicht übernimmt. Dann nimmt er den Bein. Sehr schön. Er wird natürlich jetzt mehrere Bein haben, ist klar. Je weiter der Bein Wickler fortschreitet, je mehr Bein hat er ja auch, die er wickeln kann. Aber so ein Feld reicht dann im Prinzip auch für die gesamte Verpflegung. Der hat es in der Tat geschafft, die Wendung zu vollziehen, ohne sich gegenseitig im Weg zu stehen. Da bin ich froh drüber. Kennt man anders. Aber was soll's. So, das soll's auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich für diese Folge, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Oder ein Abo. Und die Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao. Au, ICH account. Also, bis zum nächsten Mal. O,- Böyle. Off you tomorrow.